Willkommen zurück zu The Division 2 und einem weiteren News-Video von mir. Und heute geht es um das Update 9.1, was schon bald auf uns zukommen wird und was so einiges an Veränderungen mitbringt an der KI der Gegner. Und wenn ihr auch in Zukunft kein Guide und kein Infovideo mehr rund um The Division 2 verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr auch wirklich kein Video mehr verpasst. Sprechen wir erstmal darüber, wann das Update 9.1 auf den Servern live gehen soll. Es hieß, es soll Mitte Mai soweit sein, dass wir die Inhalte spielen können. Ein genaueres Datum zum Release von dem Update haben wir leider an der Stelle noch nicht, müssen wir uns also noch etwas gedulden. Und jetzt sprechen wir mal über die größten Änderungen, die mit dem Update 9.1 kommen werden. Vor allem betrifft das die KI. Es soll sowohl die Aggressivität der NPCs abgeschwächt werden und zwar, jeder kennt es, wir spielen irgendwie aus der Deckung und werden dann völlig kopflos von den NPCs gerusht. Die rennen auf einen zu, ob wir jetzt auf die schießen oder nicht schießen, spielt oftmals gar keine große Rolle. Sobald die NPCs in irgendeiner Weise die Chance haben, uns tot zu rushen, machen sie das. Das heißt also, hier wird die KI geändert, das Ganze soll in Zukunft ein bisschen realistischer sein. Es soll also nicht mehr so viele suizidgefährdete NPCs geben, wie das noch in der Vergangenheit der Fall war. Eine weitere Sache, die geändert werden soll an der KI oder an der Präzision der KI, muss man in dem Fall ja sagen, ist die Schussgenauigkeit. Und zwar die Schussgenauigkeit, die Präzision der Mobs, die kennt ihr, ist natürlich der Irrsinn. Gerade wenn ihr mit Direktiven spielt, wo die Gegner Spezial-Munition haben, dann schießen die zum Teil aus irren Entfernungen mit ihrer Waffe außer Deckung, also die zielen nicht mal und ihr werdet praktisch jedes Mal von den Kugeln getroffen. Auch das soll sich auf jeden Fall ändern. Hier wird es eben so sein, dass die NPCs bei Weitem nicht mehr so präzise sind. Eine weitere Sache betrifft den Granatenspam. Und wenn man jetzt natürlich Pech hat und in irgendeiner Mission ist oder einen Außenposten macht oder eine Patrouille macht, dann kann es sein, dass ihr beispielsweise einen dieser Granatwerfer dabei habt. Dann habt ihr noch einen, der stellt noch irgendwie einen Granatwerfer und der nächste, der schmeißt Granaten. Und dann werdet ihr von Granatenhakel geradezu zugespampt. Und auch das soll in Zukunft nicht mehr so sein. Auch da wird es einige Änderungen geben. Also fassen wir zusammen. Es ist so, dass die Gegner weniger aggressiv sind. Das heißt also, die stürmen nicht mehr so suizidgefettet auf euch zu. Was aber nicht bedeuten muss, dass die Gegner deswegen leichter sind. Oder dass es leichter ist, die Gegner zu bekämpfen. Denn ein weniger aggressiver Gegner muss nicht unbedingt bedeuten, dass er einfacher zu besiegen ist. Als nächstes haben wir natürlich noch mal die Präzision. Auch das macht absolut Sinn aus meiner Sicht. Beispielsweise, was mir da auch noch einfällt, sind die Shotgun-MPCs, die zum Teil aus unglaublichen Entfernungen immer noch mit ihrer Schrotladung wenigstens ein oder zwei Pallets auf euch treffen. Und auch das ist natürlich meiner Meinung nach völlig unrealistisch und gehört an der Stelle auch genervt. Dann haben wir natürlich noch den Granatenspam. Ihr kennt es, ihr hockt irgendwo in der Deckung und ihr werdet derartig zugespammt. Versucht, in die nächste Deckung zu laufen. Dann werdet ihr beschossen von den unglaublichen Schützen, die eben die Gegner haben. Und dann hagelt es gleich wieder Granaten. Und ihr seid im Grunde nur noch irgendwie am Rennen und Machen und Tun, um euer Überleben zu kämpfen. Ohne dass ihr irgendwie eine Chance habt, auch nur einen Schuss abzugeben. Und auch das finde ich, wie gesagt, die richtige Entscheidung, hier den Granatenspam etwas Einhalt zu gebieten. Dann wird es natürlich noch jede Menge Bugfixes geben. Und vor allem wird es eine Sache geben, die gefixt werden soll. Und zwar betrifft es die Framedrops in der Darkzone. Die Entwickler haben gemeint, dass in Zukunft mit den Framedrops mit Update 9.1 Schluss sein soll. Ich bin mal gespannt, ob sie da Wort halten werden. Ich habe hier ein bisschen Gameplay-Material von einer Sache. Und zwar seht ihr, das ist ein Konvoi der Black Tasks. Und man kann hier bei diesem Konvoi mit dem WarDog oder WarHorse oder Transportroboter, wie auch immer, kann man relativ viel XP farmen. Und genau das möchten die Entwickler ändern. Denn sie haben gesagt, dass die Belohnung an XP für ihren Geschmack zu großzügig ist. Und deswegen werden sie das in Zukunft nicht mehr so dulden. Jetzt möchte ich an der Stelle sagen, in der Vergangenheit gab es natürlich schon die ein oder andere Möglichkeit, extrem viel XP zu grinden. Und ich finde es auch okay, wenn man das an der einen oder anderen Stelle entsprechend nerft. Allerdings müssen die Entwickler ein bisschen aufpassen, dass sie auch am Ende nicht über das Ziel hinausschießen. Denn wenn man jetzt überall jede Möglichkeit beschneidet, ein bisschen mehr XP zu grinden, als es normalerweise der Fall ist, dann haben wir am Schluss das Problem, dass wir sehr, 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 sehr lange für die Uhr brauchen, um hier eben das SHD Level zu bekommen, das wir eben haben wollen. Das heißt also, man muss hier schon ein bisschen darauf achten, dass die Entwickler es nicht übertreiben, dass sie an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, hier Beschneidungen machen. Wenn es übertrieben wird mit den XP, die man bekommt für gewisse Aktivitäten, finde ich das allerdings soweit okay. Nächste Woche gibt es auch einige Informationen zum Update 10.0, also sprich das übernächste Update. Das Ganze ist nämlich schon in der Mache und darüber werden uns die Entwickler dann nächste Woche informieren. Ich bin gespannt, was sie da wieder an Änderungen reinbringen wollen in The Division 2. Des Weiteren, und das ist wirklich eine geile Sache, werden wir nächste Woche neue Informationen von den Entwicklern bekommen, die den Raid betreffen. Das heißt also, der zweite Raid in The Division 2, dazu wird es nächste Woche Informationen geben. Und sowohl über Update 10.0, wie auch die Informationen zum Raid werdet ihr natürlich hier bei mir auf dem YouTube-Channel finden. Und jetzt würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Wenn ihr Fragen habt, haut es mir rein in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier auf der linken Seite zwei weitere Videos von mir. Und auf der rechten Seite, da habt ihr den Abo-Button jetzt draufklicken. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bleibt gesund, euer Lataan.